leute herzlich willkommen zu einem neuen video das wird ein sehr ernstes video wenn ich das sagen darf dieses video handelt sich um ein altes microsoft projekt microsoft multiplayer mein altes weiß nicht ob ich es noch machen soll weiter die kopie von micro multiplayer und deswegen will ich mein kraft multiplayer habe ich jetzt die welt kopiert nein nicht nicht wir warten mal kurz ein bisschen wir haben ich und toni ich und toni haben diese welt zusammengespielt und ich habe wieder versucht mit euch zusammen zu spielen einmal auf dem handy und ja viele haben auch beschrieben dann kommt mal wieder neue folge warum das ende und was ist da so passiert und das werde ich euch alles in diesem video sagen also das erste ist micro multiplayer ist leider gibt es noch das projekt aber generell die person nicht mehr dahinter ich und toni wir spielen nicht mehr zusammen minecraft weil er hatte danach keine lust mehr gehabt und deswegen haben wir aufgehört zu spielen er hat generell keine lust mehr so wie ich ich hatte auch generell keine lusten aber lust hatte ich eigentlich schon das dauert ein bisschen zu lange so jetzt geht es endlich zur welt ich bin gespannt ob die überhaupt noch existiert ich bin gespannt ob es die welt noch gibt und dann können wir endlich minecraft spielen okay nein ihr seht hier ich bin wieder in der alten minecraft multiplayer welt ich kann das euch noch mal alles zeigen im hellen falls ihr jetzt lust habt mitzumachen dann müsst ihr mir bloß euren namen sagen mein ist ein fleurin-olmes tv hat noch den alten namen behalten wir werden uns jetzt noch mal die welt genau angucken weil ich weiß jetzt nicht mehr genau wie die aussieht generell ich muss mal gucken mein ladekabel spinnt gerade rum mein ladekabel spinnt die ganze zeit rum guck mal was das ist okay werde ich mal ladegericht überprüfen überprüft überprüft nicht so werde ich mal einstellen jetzt zucker am kabel schnell laden jetzt wird es gleich sehen schnell laden schnell laden kommt wohl nicht mehr doch jetzt kommt schnell laden wird kurz um eine minute verlängert bin ich blödsinnig egal das habe ich ihn angerichtet sei weil er mir mal mein minecraft ding geklaut hat und ihr seht es ist noch alles da wie ich vorher hatte ich weiß gar nicht mehr was das hier ist was ist das denn hier überhaupt gewesen ach so zum acht habe ich auch mal gebaut wo ich mit micromultiplayer aufgehört habe ich zeige euch mal die welt und dann könnt ihr damit zukommen ähm ihr seht das hat toni alles angerichtet das war nicht ich sondern er er hat alles kaputt gemacht ähm und ihr müsst mir da helfen alles wieder aufzubauen hier ist meine villager ähm ja hier ist meine farm hier sind überall die dinge hier ihr seht meine villager wohnen jetzt in meinem berg ich wohne generell nicht hier unten weil ihr seht hier unten habe ich auch ein kleines fellchen gemacht wir gucken uns die welt jetzt in ruhe an ihr seht hier unten ihr seht hier unten die braustandarmee ihr könnt da unten noch einen raum hin machen dass ihr da wohnen könnt hier ist auch noch ein kleiner versammlungsraum hat toni bestimmt noch alles gebaut hat toni noch alles gebaut hat toni noch alles gebaut und dann habe ich mir beinahe angefangen zu weinen weil dieses projekt hat mich schon seit fast drei monaten begleitet ich gehe mal auf den balkon und falls ihr mitmachen wollt die anmeldungen stehen bereit ihr müsst einfach nur in den kommentaren schreiben ich will mitmachen dann müsst ihr bloß euren namen reinschreiben das ist die micro bedrock version falls ihr keine micro bedrock habt dann habt ihr halt pech gehabt den könnt ihr leider nicht mitmachen ja diese welt die habe ich mit toni mal zusammengespielt und ja unsere kleine stadt hier der eisengolm ist ganz schön rissig ja ihr seht das habe ich alles mit tonis base angerichtet weil ich war so sauer und er hat das alles auch noch gecheatet der Affe also ich und toni sind nur freunde aber nicht mehr so richtige weil wir sehen uns jetzt nur noch selten weil ich jetzt die schule gewechselt habe und so sonst haben wir uns ja öfters gesehen auch beim schulwechsel das projekt haben wir in den ferien gestartet und haben wir auf den ferien aufgehört falls jemand lust hat mitzumachen im micro multiplayer projekt sagt mir bescheid also leute das habe ich ich das habe ich alles gemacht das gebe ich doch zu ja hat jemand lust beim micro multiplayer projekt mitzumachen dann sagt bescheid also wie kam der ganze scheiß zustande warum haben wir gestritten und warum war da vorher noch alles gut das habe ich alles erst in meinem haus in meinem neuen alten haus also ich werde jetzt immer alles vorbereiten und ja dieses micro projekt begleitet mich schon seit dem anfang der sommerferien und wir haben letztes jahr damit aufgehört weil toni hat keinen bock mehr gehabt warum keine ahnung hat geleckt keine ahnung wieso ja und warum kam mir kein kleines streit zustande also ich und toni das hat toni alles gebaut nur zur info den keller das habe ich nicht alles gebaut ich habe auch mit bis mit geholfen das erkläre ich euch in meinem schlafzimmer ok ich wusste gar nicht ich denke mal hier geht es hoch wo ist denn jetzt ausgang ne ach doch hier ich werde natürlich jetzt nicht ich bin noch nicht bekloppt und werde die ganze welt jetzt sprengen oder das ganze haus sprengen oder das unten sprengen weiter nach oben geht es nicht schon das dach hier ähm wie ist mein kleines verkleidungszimmer also mein die türen lasse ich für allen auf ihr könnt euch ein zimmer suchen und ja vielleicht wird hier micro wg special plus starten ähm das weiß ich nicht also leute werde ich euch jetzt alles zeigen also sagen warum wir das projekt beendet haben ähm ja schuld das micro multiplayer projekt ist nicht ich und toni weil ich und toni haben uns eigentlich immer gut verstanden ähm ja das kam zustande wegen diesem scheiß auf gut deutsch gesagt scheiß schulwechsel weil meine sch also wo ich zur schule ging da geht toni zur schule ähm und ja und dieses projekt hat uns bewegt kann man so sagen ja micro multiplayer war ein projekt also war nicht so man kann sagen wir haben viel spaß gehabt ihr könnt euch noch die alten videos angucken die lasse ich auch noch alle online und ja ich mach euch jetzt mal eine rück ich mach jetzt mal einen rückblick zu den alten folgen in den anderen welten ich sag erstmal tschau natürlich jetzt noch nicht ihr rückblick kommt erst in fünf minuten dieses projekt war ach was soll ich denn noch quatschen seht das war halt unser projekt und das werde ich auch noch weiter führen wenn ihr darauf lust habt das projekt weiter zu machen mit mir dann könnt ihr euch mitmachen und wie kam es denn zu dem streit also es gab keinen richtigen streit der streit hat alles angefangen mit diesem scheiß schulwechsel hätte ich es eben bloß nicht angefangen sage ich nun aber ich habe jetzt auch neue freunde kennengelernt die minecraft spielen aber nicht online ja also ich habe mir überlegt mit paar leuten also multiplayer weiter zu machen und der streit kam dazu hat nichts mit dem schulwechsel zu tun ich wollte einen tonigen kleinen prank machen den zeige ich euch nochmal kurz den prank den prank zeige ich euch von oben weil den kann man nur von oben sehen und das ist mein haus und bleibt mein haus ihr könnt in dieser welt eure eigenen häuser erschaffen ihr seht das kam dazu zustande weil ich gehe mal ein bisschen näher ran ja hiervon kann man es gut sehen ne von hier kann man es gut sehen von hier kann man es gut sehen das kam da zustande dahinten warum ich das gemacht habe und danach hatte Toni auch keinen Bock mehr gehabt hätte ich an seiner Stelle auch nicht mehr und danach habe ich gesagt wir beenden das projekt für immer nicht für immer falls ihr doch Lust habt die anmeldung gelten noch bis zum 28 bis zum 28 august gilt noch die anmeldung wie lange habt ihr noch Zeit euch anzumelden bis zum 28 august und wenn danach keine anmeldung kommen dann muss ich das projekt leider beenden natürlich werde ich noch 3 tage danach warten vielleicht hat jemand jetzt erst mal das Video gesehen habt ihr Lust dann schreibt mir über WhatsApp falls ihr meine Telefonnummer habt schreibt mir über Instagram oder schreibt mir über WhatsApp, Instagram, YouTube also könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben ob ihr darauf Lust habt also Michael Multiplayer das war ein gutes Projekt was ich gemacht habe mit Toni und dann wenn jemand Lust von euch hat mitzumachen das machen wir alles in dieser Welt wir werden keine neue Welt anfangen ok ich muss meine Botten ausziehen weil die haben ja Leute 28. August Endmeldung also die anmeldung geht bis zum 28 august dieses jahres wenn werde ich noch bis zum 28 Dezember warten also Anmeldung gelten bis 28. August erst mal wird es ganz normales Minecraft Content geben zum Beispiel wie Minecraft für Anfänger und jetzt ein kleiner Ausschnitt Ausschnitte wo das passiert ist mit dem Streit ich sag erst mal Tschüß ich muss sowieso noch was wichtiges reparieren ich muss sowieso noch was wichtiges reparieren ich muss sowieso noch was wichtiges reparieren Da wollen die sowieso noch was hinbauen. Diese Creeper. Sporen-Eier hab ich nicht. Creeper. Ja schon. Creeper. Wenn ich das alles hier angucke, dann würde ich am besten lachen. Diese Kräpper. Ah! So. Süß. Was ist das denn hier für eine Creeper-Plage? Was ist das hier für eine Creeper-Plage? Was ist das denn hier für eine Creeper-Plage? Wo bist du überhaupt? Morgen! Hallöchen-Tönchen! Hä? Die brennt nicht. Du wirst mich die ganze Zeit verarschen. 1. April. Du kannst mich nicht abschießen, solange ich noch ein Überleben bin. Und jetzt kommt das mit dem Streit. Guck mal, da unten ist die Creeper-Klage. Und so. So. Streit. So. 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 Ich war das aber nicht. Das war schon da unten. Ich habe schon geguckt und da waren schon welche. Ich habe da keine gespawnt. Und auf deinem Haus sind auch ganz schön viele Creeper. Keine Ahnung, wie die alle hingekommen sind. Ich habe die nicht gespawnt. Mama, ist der bescheuert oder was? Bescheuert. Ich schnauze voll ich. Ich werde den jetzt vom Spiel bannen, ey. Na, Pan. Raus hier. Bestätigen. Weg hier. Das ist immer noch mein Server, ey. So ein Arsch, ey. So ein Arsch. Also, der Ton ist immer sauer geworden, wenn ich irgendwie einen Spaß gemacht habe oder so. Oh, Maus. So, Leute, das war es erstmal mit dem Video. Ich bin raus. Kupfer. Mann, was ich bei dir gemacht habe. Entschuldige dich oder ich mache das wieder alles in Ordnung. Oder das Projekt ist kaputt für dich. Oder du machst nicht mehr mit oder du spielst einer anderen Scheißspiele wie Roblox oder sowas. Mann, ey. Der geht mir langsam echt auf den Sack mit seinen Strafen, ey. Das ist erstmal zu übertrieben. Schau mal, was er bei meinem Villager-Base gemacht hat. Das habe ich jetzt heil gemacht. Wo jetzt Obsidian ist. Das hat er alles zerstört. Ich habe mich so eine Mühe gegeben. So ein Vollidiot. Der kam mich mal kreuzweise. Komplett jetzt. Ich werde ihn auch noch blockieren auf WhatsApp, weil ich habe die Schnauze voll. Oder blockieren. Und der ist weg. Tschüss. Weg, ey. Endlich. Ich habe die Schnauze langsam echt voll. Jetzt ist nur noch Adam drin. Der kam mich mal kreuzweise. Der kommt nicht mal auf den Server. Dieses Projekt ist jetzt langsam echt zu Ende, ey. Leute, ich werde erstmal mit Adam sprechen, ob er überhaupt mitmachen will. Bei der ersten Folge. Die Bienen sind alle. Bei ihm lagts immer, obwohl das gar nicht stimmt. Ich habe ihm immer zugestimmt. Und warum spiele ich überhaupt mit ihm? Keine Ahnung. Also Leute, jetzt kommt erstmal wieder hier Minecraft für Anfänger. Weil das Projekt Minecraft Multiplayer, das werde ich erstmal für drei Wochen Pause veranstalten. In Berlin werde ich auch einen Ruf loggen. Also könnt ihr auch mal mit Team TV gucken. Also Team Elvin TV. Und wenn Tony mal Videos disliket, dann kann er nicht mal. Jetzt hätte er das gesehen, ey. Ich habe nur ein Video, die Aufnahme ist gerade abgebrochen, weil hier war gerade jemand, hier ist gerade jemand reingekommen. So. Tony ist auch dabei. Wir werden heute erstmal ein paar Sachen suchen. Kann ich mich teleportieren? Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich mich teleportieren kann. Slash T P Nee, teleportieren kann ich mir nicht. Das ist blöd. Im teleportieren kann ich mich nicht. Das ist blöd. Da drüben bist du ja. Seh dich. Ist schon mal okay, dass wir heute schon mal holz suchen. Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Multiplayer. Wo nur Tony dabei ist. Also daher. Die anderen haben ja keine Zeit. Hä? Oskar hat mir wieder ein YouTube Video geschickt? Hä? Oskar hat mir gerade ein YouTube Video geschickt. Interessiert mich. Ist halt so. Warum? Oh, ich muss kurz das WLAN wechseln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was... Ich bin raus. Ich glaube, ich bin raus. Ey, was will Oskar von mir? Ich habe nie mal eine Nachricht von ihm gekriegt. Was will der? Ich weiß nicht, ob ich jetzt raus bin. Ja, ich bin raus aus dem Relam. Ich bin raus aus dem Relam. Ich komme nochmal rein. Ich komme nochmal rein. Ich kann Dinger einzeln machen, Holz. Ja. Such mal erstmal Holz. Ich bin gerade rausgeflogen. Weil ich gerade... Aber wir haben ja zum Glück Spitzhacken. Ich helfe ein bisschen mit. Wir bauen uns mal so eine Treppe runter. Wir bauen uns mal so eine Treppe runter. Das ist besser so. Dass wir schon mal eine kleine Mine haben. Kommst mir hinterher? Kannst du mir ja mithelfen für die zweite Seite? So. Ey, das ist so krass. Das wollten wir online spielen. Dass heute nichts fehlgeschlagen ist oder so. Hier unten wird es langsam ein bisschen dunkler. Also brauche ich ein bisschen Licht. Ja. Das ist so krass. Das ist so krass.